Ästhetische Zahnmedizin verhilft zu einem strahlenden Lächeln und toller Ausstrahlung. Um die zu ermöglichen, unterstützt sie die Prignitzer Leasing AG bei der Finanzierung ihrer Praxisausstattung. Die Prignitzer Leasing zeichnet hier folgende Besonderheiten aus. Wir erstellen keine statistischen, beinahe fließbandähnliche Finanzierungsangebote und liefern sehr individuell auf den Investor zugeschnittene Lösungen. Mit uns sind sie flexibel, auch während der Vertragslaufzeit, haben Möglichkeiten von Sondertilgungen und vorzeitige Kündigungsoptionen. Leasingraten können während der Praxisschließung, zum Beispiel im Urlaub, ausgesetzt werden. Ein Beispiel. Die Investition für eine neue zahnmedizinische Einheit beläuft sich auf 26.490 Euro. Bei der Prignitzer Leasing können sie diese Investition bereits mit einer monatlichen Rate von 220,75 Euro ohne Eigenkapitaleinsatz bedienen. Sie haben einen Ansprechpartner. Charmant, korrekt, zuverlässig. Unser Kennenlerngespräch vor Ort darf auch sehr gerne außerhalb der Praxisöffnung stattfinden. Prignitzer Leasing AG – und immer noch ein Ass im Ärmel.